Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich kann euch verraten, das wird heute ein echt starkes Video. Es gibt drei sehr wichtige Tipps. Erstens werde ich euch verraten, wie ihr ganz leicht Gewicht verlieren könnt. Zweitens dabei auch noch eure Darmgesundheit fördert. Und drittens, als Resultat aus dieser Sache, überhaupt keine Lust mehr auf Convenience Food habt, hört sich das gut an. Na dann, let's go! So, ich habe es ja gerade gesagt, es wird ein starkes Video. Es geht um Stärke und zwar aus Nudeln, aus Reis und aus Kartoffeln. Also den Sachen, die wir ja immer essen. Aber es geht heute eben um Stärke der besonderen Art. Stärke ist ein bekanntes Binde- und Verdickungsmittel in der Küche. Das Kohlehydrat ist vor allem enthalten in Kartoffeln, in Brot, in Reis und in Nudeln. Und es hat den Ruf, dick zu machen, aber auch zusätzlich noch ungesund zu sein. Aber nun steht im Fokus der Wissenschaft immer mehr und darüber freue ich mich ganz besonders, denn ich habe schon einmal vor zwei Jahren darüber ein Video gemacht, eine ganz besondere Form der Stärke. Und zwar die resistente Stärke, die retrogradierte Stärke. Hä? Was ist das denn? Das ist eine spezielle Art der Stärke. Sie entsteht durch einen einfachen Prozess, nämlich wenn Lebensmittel wie Nudeln, Kartoffeln, Reis gekocht werden und dann abkühlen. Mit dieser Technik können wir, und jetzt haltet euch fest, 20 bis 30 Prozent Kalorien in der Nahrungsaufnahme einsparen. Ganz easy. Hier kommen wir zu dem, was ich immer predige. Alle, die meine Videos kennen, wissen es. Meal Prep Yes! Dazu schreibe ich auch zum Beispiel in meinem Buch, das Alles-Verwenden-Kochbuch, ganz viel Schönes. Meal Prep. Und ich habe euch schon mal vor zwei Jahren ein tolles Video zu dieser retrogradierten, resistenten Stärke gemacht. Das ist leider nicht viral gegangen. Vielleicht, weil das Thema da noch zu komplex war. Ja, retrogradierte Stärke, resistente Stärke, Ballaststoffe, weniger Energie durch Kristallisierung in den Kohlenhydraten. Zugegeben, hört sich alles schwierig an. Haha, ist es aber nicht. Und ich praktiziere es nachweislich, ja schon seit Jahren. Und das mit sehr viel Freude und Erfolg. Und hier möchte ich euch jetzt noch mal kurz ein bisschen in die Theorie dieser besonderen Stärke einführen, bevor wir in die Praxis kommen. Bei der resistenten Stärke handelt es sich um eine Form der Stärke, die dem Körper etwas weniger Energie liefert. Das heißt aber nicht, dass wir keinen Power mehr haben, sondern das ist gemeint in der Form von Kalorien. Also im Gegensatz zur normalen Form der Stärke ist die resistente Stärke nicht wasserlöslich und kann von den Enzymen in unserem Verdauungstrag nicht abgebaut werden. Und deshalb gelangt diese ganz spezielle Art der Stärke unverdaut in den Dickdarm, wo diese spezielle resistente, also daraus folgende retrogradierte Stärke unseren gesundheitsfördernden Bakterien als Nahrung dient. So, um den Begriff resistente Stärke zu verstehen, kurz noch mal zur Stärke im Allgemeinen. Stärke zählt zu den natürlichen Vielfachzuckern, Polysacchariden. Sie bestehen aus speziellen Traubenzuckerketten, auch Amylose genannt. Essen wir nun stärkehaltige Lebensmittel, so wird die enthaltene Stärke mit Hilfe einiger Enzyme in kleine Zuckereinheiten, Dizaccharide und Monozaccharide, aufgespalten. Dank dieser Einheiten ist unser Körper dann in der Lage, die freigesetzte Energie für uns zu nutzen. Was davon aber nicht verbraucht wird, haha, wird in Fettdepots angelegt. Fakt ist, wir nehmen aber in der Regel einfach zu viel davon zu uns, haben also einen Energieüberschuss. Die Energiebilanz, um abnehmen zu können, muss aber negativ sein. Also, merke, um abnehmen zu können, muss es dem Körper an zugeführter Energie fehlen, weil nur dann ist er bereit, an seine eigenen Energiereserven, also unsere sogenannten Fettpölsterchen, zu gehen und die letztendlich dadurch abzubauen. Also Freunde, erstens, wir können so mit dieser Form der Stärke Gewicht ablegen, verlieren und entsorgen. Und nun zu zweitens unserer Darmgesundheit. Überraschenderweise ist diese resistente Stärke durchweg gesund. Es gibt mittlerweile Daten aus Studien dazu. Hier sieht man auch, dass der Blutzucker und die Cholesterinwerte positiv durch diese resistente Stärke beeinflusst werden. Man fand auch heraus, dass die Nährstoffaufnahme, gerade auch die Mineralstoffaufnahme, wie zum Beispiel das Calcium, von der resistenten Stärke profitieren. Denn die resistente Stärke gehört zu den Ballaststoffen. Diese Bezeichnung ist in unserem Wortschatz wirklich irreführend, finde ich, denn sie sind wirklich alles andere als Ballast. Keine Last, sondern Segen. Es sollten eigentlich Segensstoffe heißen. Aber wie auch immer für das Protokoll, es sind Ballaststoffe. Unser Organismus ist auf Ballaststoffe angewiesen. Fehlen diese in der Ernährung. Dann drohen Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Rheumatide, Arthritis oder auch Diabetes Typ 2. Ballaststoffe sind also ein wichtiger Teil einer ausgewogenen Ernährung. Und Speisen, die die retrogradierte Stärke in sich tragen, also Kartoffeln, Nudeln und Reis, die nach dem Kochen erkaltet sind, liefern uns beides. Kohlenhydrate und genug Ballaststoffe. Das bedeutet auch, wir bleiben dadurch länger satt. Nochmal, zum besseren Verständnis. Normale Stärke wird im Dünndarm verdaut, so wie andere Stärken auch. Sie wird zerlegt und gelangt als Zucker ins Blut. Anders ist das bei der Resistentenstärke. Sie kommt unverdaut bis in den Dickdarm und ist dort ein echter Festtagsschmaus für unsere Darmbakterien. Sie wandeln die resistente Stärke um und dabei entsteht Butyrat, eine kurzkettige Fettsäure. Und genau die brauchen wir für unsere gesunde Darmschleimhaut. So, bevor ich jetzt gleich zu Punkt 3 komme, nämlich dazu, weshalb ihr ohne großen Aufwand auf Convenience Food in Zukunft verzichten könnt, möchte ich euch ganz kurz noch sagen, es gibt drei Arten von resistenter Stärke. Einmal die physikalische resistente Stärke. Diese kann durch die Verdauungsenzyme nicht aufgeschlossen werden, da sich der Inhalt noch in den Pflanzenzellen befindet. Zweitens sind es die resistenten Stärkekörnchen. Diese Stärkeart besteht aus speziellen Stärkeketten, die vom Körper nicht abgebaut werden können. Drittens die retrogradierte Stärke. Das sind kristallisierte Stärkebestandteile, die beim Abkühlen von beispielsweise hier unseren Nudeln, Kartoffeln, Brot und Reis entstehen. Von den drei Arten, die ich euch gerade genannt habe, der resistenten Stärke, ist die retrogradierte Stärke die einzige, die für den menschlichen Körper nutzbar ist. Dankeschön. So weit, so gut. Und wie funktioniert es denn nun also? Die resistente Stärke entsteht durch das Abkühlen gekochter, stärkehaltiger Nahrungsmittel. Durch das Abkühlen verändert die Stärke ihre chemische Struktur. Die durch das Erhitzen aufgebrochenen Stärkemoleküle ordnen sich beim Abkühlen in den Lebensmitteln neu an und können vom stärke spaltenden Verdauungsenzym Amylase nicht aufgeschlossen werden, selbst wenn diese Lebensmittel erneut erhitzt werden. Der Körper bekommt durch die retrogradierte Stärke weniger Energie in Form von Kalorien geliefert, als durch die normale Stärke, die in den frisch gekochten Produkten enthalten ist. Der Prozess dauert etwa 12 bis 24 Stunden. Also Freunde, kochen und warten. Das ist Meal Prep mit Reaktion. Womit wir bei drittens dem Verzicht auf Convenience Food angelangt wären, um von der retrogradierten Stärke profitieren zu können, müssen wir ja Vorbereitungen treffen, vorkochen und abkühlen lassen. Das ist aber toll, denn wenn man etwas Gescheites im Kühlschrank hat, dann braucht man nicht auf Tiefkühlpizza oder einen schnöden Snack zurückgreifen. Zudem, wenn unsere Darmbakterien gut aufgestellt sind, dann gibt es auch weniger Verlangen nach Junkfood. Wir fühlen uns dann sicherer, befriedigter und sind nicht ständig auf der Suche nach einem Snack. Also, da die Kartoffeln, die Nudeln und der Reis ja mindestens 12 bis 24 Stunden abkühlen müssen, erklärt es sich von alleine, dass wir unser Essen vorbereiten. Und am besten gleich für mehrere Tage. Ich habe das ja hier immer so. Meal Prep. Das ist das Zauberwort. Wer mich kennt, der weiß, ich habe wie gesagt immer vorgekochte Kartoffeln im Haus für alles Mögliche. Zum Beispiel als Basis für tolle Dressings, eine schnelle Suppe oder Bratkartoffeln. Oder auch für den Salat. Oder hier zum Beispiel mein Kurkuma-Reis. Ich verlinke euch übrigens alle Videos, wo ich die ganzen Sachen gemacht habe. Der schmeckt warm, der schmeckt kalt, den mache ich in die Bowl. Nudeln, da koche ich immer gleich die ganze Packung für zwei, drei Tage im Voraus. Die lagere ich ohne Soße, weil ich sie vielleicht manchmal anbrate oder dann vielleicht in einem Auflauf verarbeite. Ich mache das einfach immer auch aus praktischen Gründen, weil ich nicht jeden Tag komplett Zeit habe zu kochen. Aber ich möchte auch, wenn ich unterwegs bin und arbeite, mir mein eigenes Essen mitnehmen. Und das nicht nur, weil ich ein komischer Kauz bin oder vielleicht doch, weil ich ein komischer Kauz bin. Nein, eigentlich nur deshalb, weil ich kein minderwertiges Essen essen möchte und mich einfach gut und fit fühlen möchte. Zum Beispiel, wenn man fliegt, dann hat man ja gar keine große Möglichkeit, gute Sachen zu essen. Da gibt es ja nur dieses ganze Convenience-Food gut aufgepimpt und im Flieger. Oh mein Gott, da ist man dann schon auch mal verführt, das zu essen. Und man denkt, wann kriege ich wieder was oder wie lange dauert der Flug noch oder als Langeweile. Aber da habe ich mir das letzte Mal auch meinen eigenen Salat und meine eigenen Nudeln mitgenommen. Das wollte ich ausprobieren und es hat funktioniert. Erst habe ich mich ein bisschen komisch gefühlt, aber dann fanden das auch alle ganz toll und haben gesagt, Mensch, danke für den Tipp, ich hatte es euch ja auch gepostet. Dann wisst ihr auch, dass wir sowas mitnehmen können. Und so haben wir eigentlich diese retrogradierte Stärke in unser Leben gebracht, weil wir bereiten uns Lebensmittel vor. Die Kartoffeln, den Reis, die Nudeln. Das sind ja nun mal die besten Beispiele. Die kühlen ab, die stehen 12 bis 24 Stunden, bis wir sie weiter essen. Dann haben wir eben diese retrogradierte Stärke, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, eben kein einfaches Kohlenhydrat, also Zucker, sondern einen Ballaststoff. Also wir haben damit nur Gutes für uns, für unseren Geldbeutel, eigentlich auch für die Umwelt getan. So ihr Lieben, das war es soweit. Und übrigens Personen, die unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn leiden, profitieren von diesem Mechanismus ganz besonders. Butyrat ist neben anderen wirksamen Nahrungsbestandteilen, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, deshalb auch Bestandteil der Ernährungstherapie bei diesen Erkrankungen. Und zu Omega-3 habe ich euch auch ein ganz ausführliches Video gemacht. Bitte schaut es euch an. Ja, und Rezepte rund ums Mealprep, die gibt es ja nun wirklich bei Olala und Solala en masse. In meinen Büchern, Videos und, und, und. Bitte besucht Olala und Solala doch auch gerne. Auf Instagram wollte ich euch noch sagen. Auch da gibt es immer tolle Tipps für einen gesunden und guten Lifestyle. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, möge die Stärke, und zwar die richtige Stärke, mit uns sein. Tschüss ihr Lieben, ich bedanke mich. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Teilt es, teilt die Information. Ihr wisst nur, wenn wir wissen, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Tschüss! Starke Videos findet ihr auch hier und hier.